Hier dann, ich hab jetzt hier, siehste, lol So, schauen wir mal Alle, alle Invasionen gemacht, die es gibt Okay, ich hab hier grad ein 700-Item-Level-Hand rausgekommen Genau, du kriegst halt auch noch Items so raus Oh, okay, warte mal, große Truhe der Legion, was haben wir denn hier? Schultern 700, Beine 700, ehrlich? Haha, leider kann ich sie dir nicht trainen So, und damit kannst du das weiter upgraden oder was? Oder wie hieß das? Also ne, du hast jetzt so Nethershards Und 150 Nethershards kostet ein Upgrade Und du kriegst die Upgrades aber auch in den Kisten drin Warte, ist das bei Charakter-Info drin? Ja, Abzeichen Ja, genau, 80 Stücke hab ich jetzt Ja, siehste, kannst du mal sehen Jetzt bei einem durch eine Version 80 Stück ist eigentlich ganz gut sogar Sollen wir die anderen auch direkt noch hinterher ballern? Ja, klar, wenn die nicht jetzt gleich abgelaufen ist Wahrscheinlich ballern die ganze Leute dahin, ne? Du kannst, ne, du kannst alle vier Stunden Spawn die neu und du kannst die halt Sobald du reinfließt, kommst du in die aktuelle Phase, wo grad halt jemand ist, weißt? Aber es ist halt immer jeder in jeder Phase, weißt du? Ja Juridisch kann es sein, wenn ich hinfliege, ohne eine Gruppe Hab die erste Phase rum, du fliegst hin, dann fängt bei dir die erste eher wieder an, weißt du? Ja Dann bin ich halt in einer anderen Gruppe, aber ja Aber lol, die Heldentad hab ich jetzt auch schon, nice Hm, okay, wie viele Orte gibt's? Da gibt's auch noch Taransmühle und so einen Scheiß gibt's da auch, ne? Westphal, Ashara, Vorgebirge des Hügellands, Dunborog, Tanaris und nördliches Brachland Mhm Alle, okay Aber geil ist immer, wenn die hier Brachland und Ashara sind, dann kannst du von OG immer direkt hinfliegen, weißt du? Mhm Das war das beste Leben Okay Und du kannst halt auch gut Gear-Farben für Guffel-Chars, die halt unter 700 Geared sind, ne? Achso, bekommen die auch 700-Item-Level? Ja sicher, alle Ach, ah lol Ah lol 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 Siehst du, theoretisch, wenn ich jetzt mit einem anderen Charme bekomme, werde ich jetzt nicht die Kleve, sondern eine andere Waffe bekommen, ne? Mhm Und ich hab mir auch jetzt, ich seh halt aus wie aus einem Startgebiet, und ich find diese Kleven nicht die ersten, sondern die zweiten, die man im Startgebiet kriegt, und die find ich richtig stylisch, weißt du? Ja Die hab ich auch getransmoggt Machen wir uns dich mal an Ah lol, die Hörner hast du genommen? Ja Ja, ich dachte mir so, ich hab erst überlegt, nehm ich die ganz normalen Illidan-Dinger, dann hab ich mir gedacht so, nimmst du die komischen Gekräuselten nach hinten, dann dachte ich mir so, also entweder nehm ich die von Illidan, oder ich nehm die, die einfach klein angepasst sind Oh, hast du dir keinen männlichen gemacht? Hm, weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung Oha Dani, hier ist Sturmwind, vorsichtig Achso, ja Ja, über Sturmwind fliegen ist die Möglichkeit nicht so geil Ne, nicht unbedingt Muss nicht sein, ne? Ne, nicht unbedingt Okay, dann hab ich jetzt alle Invasionen gemacht, nice Boah, ich bin aber eigentlich voll Alter, du hast 6 von 6 deine Kleven Ja, beide Schon max gemacht Das hab ich nur mit 3 Chars gemacht, gestern in 2 Stunden ne, ging richtig schnell Boah, läuft Einfach die Invasion, ich wirklich, ich hab jedes, mit nem Krieger, mit nem Jäger, äh gar nicht mit 4 Chars, Krieger, Jäger, den Demon Hunter und mein Charmi Hab ich die ganze Zeit Invasionen gemacht Und die Invasion dauert immer so 10, 15, manchmal auch 20 Minuten, kommt drauf an, wie gut die Gruppe halt ist So wird halt überliest Zwei Invasionen, ich hab das hab ich 2 oder 3 Stunden bevor halt immer eine beendet hat, war gemacht Dann ging das halt echt schnell, ey Von 725er Waffen war eben umsonst, ne? Haben oder nicht Haben oder nicht, haben Aber war allein schon die 700er Waffen, find ich auch schon krank, ey, umsonst Ist wohl so Auch am Styler find ich die halt nicht so geil, deswegen hab ich halt die umgemockt Haben auch gestern sich alle drüber aufgeregt, ne? Wie unlogisch ist das denn, ne? Hat dann so die Kriegsleben von Elsinus gepostet Das sind Kriegsleben sind aber schwer dann Ich denk einfach nur so, boah, halt einfach die Fresse, bitte Waaaah Boah, Junge Das ist halt fucking ernst, weißt du? Zu dem Zeitpunkt, wo diese Gleben gab, da gab's doch keine Schwerder Das sind einfach Schwerter, what the fuck, ey Boah So siehst du, jetzt fangen wir halt auch gerade hier wieder an, so wie gerade Können Demon Hunter jetzt eigentlich die Kriegsgleben noch sammeln? Ja Aus BC? Ja, müsste, ich glaub das haben sie, warte Haben die das angepasst? Das wär natürlich cool, das würd ich nämlich auch farmen gerne Ich war schon drin Ja, hast schon bekommen? Ne, noch nicht Ich muss aber nicht meinen, aber dass die das angepasst hätten Wollen wir mal hier landen, oder? Ja Boah, da sind ganz viele Allis Oh ja Achso, ich bin gerade auf den Alli drauf gegangen, scheiße Ich geh mal lieber weg hier Tschüss War ich nicht Aber gleich kommt eh der Hornüberschuss, pass auf Es ist am Anfang immer so, wenn ich hinkomme Sind immer ganz viele Allis Und sobald Spendessen die erste Phase vorbei ist Ist mehr Horn da als Alli Und dann ficken wir immer die Allis weg Es legt aber übrigens schon wieder bei mir, geil Aber der Alli fickt mich auch gerade Der greift mich echt an, du kleiner Fuckfasser Dann schauen wir mal Ja ich bin glaub ich tot Vielleicht hab ich Amir gekrie wie du siehst. Aber hier geht halt gar nichts. Es leckt einfach. Der greift mich halt echt an ein hässiger Ali an, du kleine Missgeburt, Alter. Junge, der hat mir einfach gehört. Ja, es leckt halt. Ich kann halt nichts machen. Ja, ich stehe da und bin tot. Ich habe gerade auf irgendeine Ali draufgehauen. So, habe gemerkt, dass ich kein Damage gemacht habe, habe mich umgedreht, einfach wieder weggegangen. Du musst einfach den Dash machen. Der macht richtig Damage auf den Gegnern. Alter. Also bis jetzt ist hier Hardcore-Party. Ich warte mal eben, ob hier... Also ich gehe jetzt aufs Mount hoch und fliege hier hoch erst mal. Ich schille hier auch. Erst mal oben beim Turm. Ja, das bringt halt nichts. Ich kann nichts angreifen. Achso, warte mal. Fass 1 ist ja gleich direkt schon wieder vorbei. Hoi, Riga. Was sagst du eigentlich zu meinem geilen Mount, Daniel? Meinst du, mit dem du ganz das rumflatterst oder was meinst du? Ja. Das ist doch von Dings, oder? Archimont. Ja. Und bist du stolz drauf? Auf jeden Fall. Soll ich dir sagen, wie ich das bekomme? Lama? Ne. Hast du das getrobt? Musst du mit jemand anderem rollen? Drei, darfst du raten, was der andere gerollt hat. Na eins? Ja. Lama. Das hätte ich sein können. Das hätte ich sein können. Oh Mann. Guten Abend, die Herren. Hallo. Ja, einmal die Bosse einmal alle anfangen, Daniel, ne? Na. Für die Schaden. Sie können einmal rum und... Oh, ich glaube, ich gehe jetzt sterben. Oh ja, ich bin tot. Geil. Komm, Ali? Ja. Es sind ja solche hohen Kinder, ne? Hättest du nicht, wenn es dich lecken würde, dann wäre es auch kein Ding, die mal zu bekämpfen wäre. Oha. Er umarmt mich sogar, der Ali. Was geht denn bei dem ab? Macht einige merkwürdige Gesten. Ich finde sie halt cool, weißt du? Choral. Wir sind auch gerade richtig viele Ali's, ey. Was bist du euch malen, ey? Oh, ich wollte schon sagen, ich werde nicht wiederbelebt. Also dann wäre ich aber ausgeracedet. Oh, aber jetzt gerade, wenn so viele Leute da sind, habe ich nur übrigens FPS-Lags, ey. Jesus. Ich will auf den Mount. Lass mich auf den Mount. Ah, jetzt. Oh, es ist der kleine Mini-Boss da, der gibt schon mal so eine kleine Kiste. Oh, Alter. Teufelskommandant, Alter. Wie viele Ali's hier sind, ne? Das ist, Junge, das ist so heftig, ne? Alter, ich bin auf jeden Fall Hardware-Tot, ey. Was sag ich dir? Oh, Jesus. Ich halte mich ein bisschen von dem Ort da hinten fern, Alter. Das sind mehr Ali's als Hordler. Definitiv, glaube ich. So, ich habe jetzt eine kleine Truhe bekommen. Bin nicht glücklich drüber. Ehrlich? Ja. Ich habe noch, bei mir ist der Boss noch am Leben. Welcher? Ja, der Teufelskommandant. Ehrlich? Urgotts? Jetzt ist er gerade tot. Oha. Ich kann nichts machen. Ich laufe keine auf der Stelle. Jetzt bin ich tot. Alter, es ist hardcore am Längen, ey. Boah, es ist schon eine Stunde her vor der Scheiß-Invasion. Blizzard, ey. Was ist denn los bei euch? Ich kaufe nicht mehr vernünftiges Server, ey. Boah. Können wir nicht sagen... Boah, wir werden wieder gedetest. Deine Mama. Oha, du Drecks-Ali. Hat er dich wieder gefickt? Na. Ich habe im Low-Ed-Spiel ganz allein nur rum, Alter. Der dachte sich so, oh, den gebe ich einfach mal mit Faust, ey. Ich glaube, das war ein Hunter, der auf Überleben gespeckt ist. Er hat mich Mili einfach mit einer Stangenwaffe umgehauen. Ja, was? Warte, mir hat eine Ton angefallen. Guck mal, sag mal, ob du jetzt gleich ein Nidda-Shards kriegst. Das will ich mal gerne wissen. Mir hat gestern in der Gile einer gesagt, wenn ich ihn angreife und man nur in der Nähe ein bisschen ist, dann kriegst du das nämlich auch schon. Ach, scheiße, ihr seid schon wieder an den Bossen, ey. Jo. Ich bin hier noch unterwegs, warte. Ich komme. Warte mal, wenn du jetzt, sag mal, greif dir mal bitte nicht an. Ich will mir gerne wissen, ob du die kriegen würdest, wenn ich den. Bekomme ich die automatisch? Wenn du in der Nähe bist, meint der Gilden-Mate, ja. Ich habe jetzt welche bekommen, sechs Stück oder so. Ja, ich habe auch welche bekommen. Okay, also muss man die nicht angreifen, sondern nur in der Nähe sein. Jo, wenn ich den halt, ich habe den halt angegriffen, ne. Also einer aus dem Team, ey, den Boss brauchen wir nicht angreifen, der ist verbuggt. Also zumindest war der gestern noch verbuggt. Ja, probieren wir mal aus, oder? Ja, warte, warte, du musst halt gucken. Was ist an denen die Besonderheit? Warum ist er verbuggt? Ne, ne, ist nicht verbuggt. Ja, du musst halt, das ist der Boss, den ich vorhin gesagt habe. Du musst Mops da hinziehen, die töten und er sammelt die Seelen auf. Und du siehst ja, der hat jetzt noch, jetzt ist der Buff weg und jetzt kann man ihn halt angreifen. Zehn Stück müssen es halt sein. Gestern war der noch verbuggt, also da hast du die Seelen da hingezogen. Och, komm, niemand hat da, willst du echt Stress? Willst du echt Stress? Boah, Alter, ne, Mann, ich gehe da raus. Die Horde, die stehen auch alle schön draußen, ey. Ich habe den einmal angegriffen, guck mal, wie der da steht. Oh, nein, verpiss dich, Alter. Komm zu mir, Daniel, komm zu mir. Wo bist du denn? Nein, ich glaube, ich werde gleich sterben. Hast du denn, ja, komm, deine Mama, ey. Ja, ich sterbe jetzt auch. Ey, das sind doch einfach solche Hurenkinder. Oh, ich bin einfach nur ein Lager kriegen, weil ich einfach sonst kein Skill habe. Ja, geil. Boah, regt mich das auf. Ey, Leute, wir müssen ja gar nicht zu unserer Leiche laufen, sehe ich gerade, ne? Doch, hast du Leck. Hast du nur Leck, oder? Ne, ich konnte jetzt gerade hier so, wie als wenn ich im BG bin. Einfach da warten und wurden wiederbelebt. Und, loll, das ist aber neu. Das war gestern, habe ich das noch nicht gesehen. Das habe ich bisher aber auch noch nicht gesehen, oder? Ich war gerade am Geist-Tiler und konnte kurz warten. Ach so, ja, klar, doch, das, das, das hatte ich gerade auch. Ja, das habe ich aber gestern. Das habe ich, entweder habe ich es nie gesehen, aber ich bin immer zu meiner Leiche gelaufen. Das war jetzt gleich ein Low-End-Spiel, alle sehen, ich fick den direkt außerdem. Übrigens, weißt du das gerade für eine MS-Hub? Nein. 1966, ne? Ja, da bin ich mit 364 noch ganz gut. Wollen wir mal rennen. Ich überlege gerade, ob ich den angreifen soll, ey. Ich will gar nicht. Nein, jetzt habe ich auch ein Low-End-Spiel gekillt. Boah, bin ich skilled, Daniel. Geil. Alter, du hast es voll drauf, Mann. Wenn der übelste Skill abarmt, jetzt fliehle ich noch den Exer hier. Boah, wie lange der einfach gestunnt ist, boah, ist das behindert. Boah, der kille ich echt wirklich? Lol, hier bin ich tot und tot. Nein, da kommt ein Krieger, verpiss dich. Wo, 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 wo? Der hat 470k HP, Alter. Ja, Arme, na, guck mal bei mir, Touch of Karma, ja, alles klar, deine, fick dich, deine Mutter. Alter, das kann nicht wahr sein. Ey, das ist ein Grand Marshal, der hat hier die 60er-Rüstung. Egal, den fick ich aber aus dem Leben jetzt. Der ist schon halb hart tot. Wieso nutzt man dieses Spektakel als PvP übrigens, Alter? Das ist doch mega bescheinert, Alter, das ist, ooooh. Ich hab den gleich, deine, ich hab den gleich. Ich hab's nicht mal versucht. Ich wollte einfach nur weg. Warum lässt er mich hier in Ruhe? Bam, komm her, komm her, ich krieg dich. Ey, der, der chargt mit seinem... Ne, 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 ne. Lol, du Wichser, der geht einfach... Weißt du, der hat seinen hässlichen Gingie-Sprint benutzt und ist dann halt aufgemautet. Ich fick, ich flieg den mit daher und fick den trotzdem jetzt. Sobald er gleich abgemautet, knall ich den. Sag ich dir. Eigentlich müssten wir hier zu den komischen Bossen da hinflattern. Egal, ich fick den jetzt. Ich bin mal gemused. Jojo, mach mal. Wenn du irgendwas zocken wolltest. Ja, 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 ja. Ich kann dir ruhig überstehen, ne, dir hat auch keinen Bock. Komm her, komm her, Krieger, ich fick dich aus dem Leben. Komm, trau dich. So, einmal kurz durchdashen, verpissen, alles was. Du warst ja auch Low-HP, ne, dann? Ja, klar, sicher, natürlich. Ja, guck mal, der ist auch Low-HP, warte, komm mal her. Wenn das nicht so... Ich glaub, ich kann ihn aber nicht killen. Das ist viel zu krass am laggen, ey. Heftig. Heftig. Jawohl, sterbe ich, ciao. Ey, was zur Hölle? Wie kann er... Wieso kann er aufmountain? Hässlicher Spaß. Jetzt kommt so eine kleine Missgeburt und... Willst du mich verarschen? Ja, komm, verpiss dich. Verpiss dich, jetzt so ich immer mein Horden-Homies bin. Ja, komm. Komm, ich fick dich. Sorry, dass ich gerade so am ausrasten bin, ey. Sowas ringt mich auf, ey. Ey, du kannst eigentlich in der Aufnahme stehen bleiben. Alles für die Aufnahme. Alles für die Aufnahme. Ja, du kannst übrigens in der Base stehen bleiben, ne? Ja, wieso, was gibt's da kostenlos? Ja, guck mal, in 1%, was dann abgeht. Jetzt, genau. Oh, scheiße. So, fertig. Besiegt. Oh, Mann. So, fertig, Event? Ja, nee. Nee, gar nicht. Schwimmt, ja. Letzte Phase. Ah, der kommt jetzt auch hier irgendwo, ne? Da, hier. Wo, Greta, der Entweite. Ey, warum labert ihr auf Englisch? Hä? Das spiel doch auf Deutsch. Die anderen Muradien und so haben gerade auf Deutsch geredet. Ich bin schreckt tot. Oh Gott. Ich verpiss mich jetzt schon wieder hier. Ja, ich wurde von hier. Ich gucke einfach nur. Zeichen der Flamme, Eggwin. Zeichen der Flamme, Eggwin. Sehenspalter, Eggwin. Alter, wieso habe ich Gladiator SA an? Ja, nur Candy Shot. Da, 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 da. So, neu laden. Danke. Wieso bekomme ich eigentlich immer so einen halben Black Screen, wenn ich mein Dings ausmache? Äh, wenn ich einen Low Screen habe. Ja, das habe ich auch manchmal verbuggt. Keine Ahnung. Oh, was ist neu? Legion kommt am 30. Oh, das ist ja schön. Geil. So. Wenn man das nicht gewusst hätte, ne? Mhm. Ich habe hier ein bisschen Diashow, ey. Ja, ich habe auch 28 FFs gehabt. Ja. Scheint aber echt dann gelimitiert sein, ne? Ich habe ja auch 28 FPS. Jetzt habe ich nur noch 25. Nee, aber ich meine, es scheint echt wirklich, äh, ja, auf eine Art und Weise limitiert zu sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob du was für Settings du spielst. Na, eigentlich mehr oder weniger, eigentlich nur auf hoch. Eigentlich auch so hoch und gut halt, so, ne? Ja, naja, also, hi. Ich habe, ich habe diese Tage mal, äh, hier Render, äh, Scale oder so auf 200% mal gestellt. Alter, jetzt bleibe ich liegen, definitiv. Ja, ja, kein Bock mehr. Ich bleibe vor allem tot im Arsch. Das bringt, das bringt einfach, das ist einfach nur dummes Rap gekostet worden, gerade bei so vielen Allis. Die fickt mich halt direkt weg. Ah, meiner. Ja, der Boss, der heilt sich irgendwie die ganze Zeit, unverschämterweise. Ja, das ist halt Vampir-Aura, gewährt verbündet innerhalb von 30 Metern Vampir-Aura. Ja, ich sehe gerade immer wieder, bammt, guck mal, wieder 4 Millionen RP dazu, bamm, wieder weg. Gerade, da konnte man es gut sehen, wieder 105, bla bla bla, 103, 102. Ach ja, ist das schön. Also, das, Invasion ist eine nette Idee, bei sowas aber way too chaotic. Also, ich habe das die Tage, also, wenn du das morgens vernünftig machst, dann leckt das nicht so krass wie jetzt, dann geht das, aber siehst du ja gerade um die Uhrzeit und am Wochenende, das kannst du vergessen. Das ist einfach nicht spielbar. Und dann, also, ich habe das, wann habe ich das gestern gemacht? Gestern im Vormittag, da war das ganz gechillt, da hat es auch nicht geleckt, da konnte ich die ganz angenehm machen, aber so wie jetzt, das ist halt einfach unspielbar, finde ich, keine Ahnung. Wie gesagt, und so mussten wir raiden am Mittwoch, weiß das, kannst du nicht, geht nicht. Na? Ja. Der AlbuRate kann sich nicht bewegen, ich habe zwar keine FPS-Lags, aber ich stehe halt auf der Stelle, weißt du, und ich kann halt nichts machen. Ja. So wie bei dir gerade gesagt, der Boss ist tot, der hätte aber wieder noch 20% Leben. Weißt du, denk mir was, der lebt bei mir noch voll. Wie fährt er bei dir jetzt noch? Äh, 70 Millionen, 72 Millionen. Ja, Prozent, hast du eine Prozentatzeige? Äh, Percentage, was haben wir denn hier? Irgendwo sagt mir ein Add-On doch irgendwas, oder? Ähm. Oh, fuck. Scheiße, ich seh's nicht. Ne, ich kann's prozentuell dir nicht sagen. Äh, kannst du, hast du nicht den Balken, ungefähr, Drittel? Boah, 35 Prozent, ungefähr, 35 würde ich schätzen. Ja, okay, da bin ich auch. Ja, ich habe, über der Zahl ist halt ein Fragezeichen wegen dem Totenkopf, das sehe ich halt nicht. Wie halt, irgendwann... Boah, das ist aber langweilig, äh. Boah, was ich im Allgemeinen schnell schreiben. Na, ich habe schon gelesen. Die Alice kriegen wieder nichts hin, den Boss zu killen. Uns klatschen sie aber, Noobs, Standard. Oh, Mann. Eine witzige Sache gibt's eigentlich an dem Wort Standard. Und zwar, wie das hier geschrieben wird, da heißt es eigentlich Standart. Standard wird eigentlich immer mit D geschrieben. Auch im Englischen. Weiß. Aber ich habe noch nie Leute gesehen, die das mit D schreiben. Wenn ich Standart mit D mal schreibe, finde ich, sieht das so falsch geschrieben aus. Ja, ja, es ist richtig, aber es benutzt halt irgendwie keiner. Alle schreiben Standart. Naja. Was ich vorhin auch gesehen habe, war so ein Bild, ich glaube, von Made My Day oder Faktastisch. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein Rechtschreib-Nazi oder so, aber, weißt du, wenn mit einem N ist halt schon peinlich, wenn das auf so einer Facebook-Seite halt postet. Weißt du, so ein Bild, wen, weißt du, wen, du, bla bla bla. Ja, ja, klar. Aber wen, weißt du, die denken immer so, oh, ey. Mann. Also nichts gegen, weißt du, ich bin jetzt nicht so einer der auf Rechtschreibung achtet, aber wenn man so ein Bild auf so einer Seite postet. What the fuck? Na, das ist schon schlecht. Da guckt einfach keiner drüber, oder was? Was ist da los? Ja, der Boss ist ja auf 10% grad bei mir, ne. Ich chill noch mein Leben. Ja. Boah, ist richtig interesting. Oh, lol. Mein Geist wird in 20 Sekunden gleich freigelassen. Ja, ich hab noch zwei Minuten. Zwei Minuten chill ich hier noch die Zeit ab. Weißt du, guck mal, die fighten in den Boss schon gleich über sechs Minuten lang, ne? Mhm. Echt hardcore lange, Alter. Was geht denn? Ja, weil die halt, weißt du, wenn die uns nicht töten würden, wäre der Bossenler tot als 1, 2, 3. Aber wir haben den halt angegriffen und der scalt halt hoch. Ey, komm, das ist, das sind halt, das sind halt die Leute von Equin, weißt du, die müssen halt irgendwelchen Leuten aufs Maul hauen. Die können nicht anders. Weil die dumm sind. So. Boah, geil. Slash Reload. What the fuck? Mein Interface ist weg. Ja, ich würde... Hä? Ja. Können wir da noch machen, wenn wir es dir bei ihm kurz vorhören, ne? Ja, würde ich auch mal sagen. Alles klar. Das war genug Stress. Alles klar. Ciao. Ciao.